Die große Reise der Schmetterlinge steht an. Aber es gibt einen, der nicht ganz mitkommt. Ich schaff das! Oh, bitte, bitte stütz dich wieder an! Wir sehen uns im Frühling. Das ist unfair. Warte mal. Wir als blinde Passagiere. Jetzt fliegt er per Anhalter, um zu zeigen, was er kann. Jetzt fliege ich wirklich mit. Irgendwas ist mit dem Anhänger. Er zieht mich nach unten. Äh, hallo? Malti? Ihr beide bringt den ganzen Schwarm in Gefahr. Ich ziehe ihn trotzdem. Warum fliegst du denn so tief? Die Blüten! Was werden die anderen sagen, wenn sie merken, dass ich Höhenangst habe? Wir zwei können dir doch helfen. Okay, na dann los! Erlebe ein unglaubliches Abenteuer. Das wird ein Festschmuss! Hier wachsen keine Milchkrautpflanzen mehr. Ich hab eine Idee. Bin dabei. Ihr zwei seid komplett durchgeknallt. Wisst ihr das? Stelle dich deiner Angst. Haha! Bist du bereit? Das bin ich. Vertraue auf deine Freunde. Ich bin jetzt! Gute Reise! Und lerne, an dich selbst zu glauben. Du bist einzigartig und wunderbar. Genau wie du bist. Mach es auf deine Art. Und los geht's! Das war unglaublich! Wow! Ja, ihr seid einfach die Besten. Butterfly Tale. Ein Abenteuer liegt in der Luft. Wow! Da habt ihr einen guten Fang gemacht. Demnächst im Kino.